So und da sind wir wieder bei der DLC Quest. Wir haben keine neuen DLCs. Boi Soda! Aber wir sollen Soda kaufen, glaube ich. Kann ich mir so vorstellen. Ähm, es muss ja irgendwas Neues geben. Das steht ja mal so fest. Hier, Boi Soda! Oh, hier gibt's neues Geld. What's that? Hi, I'm Groove. I used to be big into mining. I guess that explains why you're down there. Oh, I don't mine anymore. Now I'm big into space and lasers. Huh? Pew pew. Okay. A pickaxe hangs on the wall. It would probably take care of those nearby rocks. It can... I can't just take it through. That would be rude. Maybe later. Later. Later, alligator. Okay. Dann schauen wir doch nochmal nach da hinten. Ob wir da noch irgendwas machen können hier, wo dann der Bosskampf da war. Ob wir da noch irgendwas... Äh... Schabidi-bitzen können. Oh, hier muss ja jetzt irgendwie... Applies to player. Status Band. Reason. Let's see you buy your way out of this one. Shopkeep. Time until Band is lifted. Äh... Never. Name change pack. Okay, ich glaube, da haben wir auch genug Münzen für. Schauen wir uns das mal an. Äh... So. Name change pack. Okay. Please enter new name player. 2. 3. 2 ist already taken. Justin. Bailey. Äh... Yay. Wir sind der P14Y3R69Sniper. Ach, Player69Sniper. 117... Alter, ich bin nicht so klein, dass ich mir so einen Namen geben würde. Ich bin nicht so unreif. Meine Güte. So. Wir sind der PlayerSniper. Könnte Philipp sein übrigens. Philipp, an der Stelle mal. Das könntest du sein. Weißt du, in Battlefield nicht auch PlayerSniper? Ich... Ich war... War das so? Player69Sniper. Ja, 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 ja. Ich hab dich erwischt. Oh, jetzt hab ich das nicht gesehen. Das ging zu schnell. Turnback. Boisoda. Checkpoint. Hallo. Reigns. Ah, ja, okay. Ich guck ja schon nicht. Okay. Wir gucken mal nach einer Pickaxe in den Gräben. Okay. Äh, äh, äh. Wie er da immer die Augen so zusammenknallt, das sieht toll. Merkt man durchaus auch nicht. Äh, so, wir müssen hier lang, ne? Ne, oh Gott, wir müssen ja noch tiefer. We need to go deeper. So, ach, jetzt bin wir tot. So ne Scheiß, jetzt kann ich den Weg nochmal laufen. Ach, Mensch. Künstliche Streckung hier. So. Momentchen. Wir haben das gleich. Ah, ich könnte ja einfach so lang gehen, ne? So rein theoretisch wäre das ja eine Alternative. Boisoda. Do it. So. Hier ist ein Checkpoint. Ach, hier kommen wir ja gar nicht rüber. Okay, wir müssen doch so rum gehen. Naja, laufen wir halt ein bisschen, ne? Macht ja nix. Pass auf, dann kriegen wir die Spitzacke trotzdem nicht. Alter, da raste ich so aus, ne? Okay, just doing my job. Er macht nur seinen Job. Kann ich nicht viel verstehen. Das kann ich natürlich. Knife-Wat-Sein. This hook looks like the perfect place to store a pickaxe, yet there is nothing here. I should see if anyone near me knows where it went. I need to break some rocks. Do you have a pickaxe I can borrow? I do, but first I need you to get something for me. This is getting convoluted. There is a man in the... Alan, please add your name. That is something of mine. Something of mine. Bring it back and you can have my pickaxe. Alright then. He is northwest of here. Past the dark zone. Off you. Go now. Okay. Ähm, dann kriegen wir die Spitzhacke. Das wäre natürlich wünschenswert, wenn wir die Spitzhacke kriegen würden. Dann müssen wir jetzt in die Alan, please add zone name, zone. Ja. Und uns da mal den Typen vorknöpfen. Äh. So, äh, wo müssen wir da lang? Ich glaube hier drüben, ne? Hier drüben müssen wir dann irgendwo hoch. Müssen wir gerade, ähm... Taschentum? Taschentum? Ach hier. Ganz klar, Moment. Moment. So, da sind wir wieder. Ähm. Mussten wir nur ganz kurz mal die Nase putzen. Muss ja alles sein. Hier geht's wieder hoch. Hier sind wir wieder in der dark zone. In der dark zone. Oh, und jetzt müssen wir uns hier den Typen vorknöpfen, der hier links von uns ist. In der Alan, please add zone name, zone. Boah, ich komm damit nicht klar, ne? Mit dem Namen. Du da vielleicht? Hey, do you have something? Why? Yes, I do. Great. Can I have it? I'm kind of in a hurry to save the world again. Actually, first I need you to go something... Unfreaking believable. Oh, okay. What is it? I need the following supplies. Be a deer and fetch them for me. Will you? They should be nearby. The red key card. Map to Atlantis. Zod. A red hearing. A hammer. 16 wolf pels. What? What cup of tea? What will der von mir? So, dass hier jetzt irgendwo rumliegen? I have. Äh. Books of various supplies. Eier. Ich. Manchmal sollte man Spiele nicht hinterfragen. Ah, my supplies. Excellent. You could have told me they were all in one box that you made. It sound like I had to run all over the place. Collecting your stuff. What? Oh no. That would have been ridiculous. You barely know me and you're clearly in a hurry. I... Wow. Nobody has ever been that thoughtful. It's only reasonable. Here. Take this back to your friend. In the caves. Humble Indie Bundle. Bindle. Okay. Coole Sache, Alter. Der war für hilfsbereit. Jetzt muss man dem Typen in den Caves, also dem Minentypen, der jetzt im Weltraum arbeitet, müssen wir jetzt das Zeug zurückbringen. Machen wir natürlich gern. Wir laufen ja gerne. Das nervt langsam schon ein bisschen, ne? Dieses Hin- und Hergelaufen. Das ist voll das Backtracking. Irgendwie. Die ganze Zeit einfach nur... Das ist einfach die ganze Zeit nur ein einziges Backtracking irgendwie. Du läufst von links nach rechts, von rechts nach links, von oben nach unten, von unten nach oben. Und dann sagt dir wer, dass du das Ganze nochmal machen sollst. Ah. Okay. Wir machen sehr gern. Also sonst ist das Spiel recht geil, finde ich. Äh. Hier. Hier ist dein Bindle. Oh. Oh, ist ein guter Spieler. Arschloch. Thank you. Astronaut, hier ist mein Pickaxe. Geil, Alter. Ah, jetzt haben wir eine Pickaxe. Zwar keine... Kein Schwert mehr, aber gut. Ich mach alles kaputt. Kaputt, kaputt, kaputt. Boah, Alter, hier ist ja noch mehr. Noch mehr Geld. Oh ja, so viel Geld. Oh ja. Alter, Finne. Das ist aber schon ein bisschen fies, ne? Aua. Alter. Das ist ja mal richtig fies. Wow. Ah, ich bin tot. Loy. Ähm. Hier rüber. Okay. Das wird noch ein bisschen dauern, würde ich mal sagen. Aber naja. Ist stauert wie stauert, ne? Okay, pass auf. Wir kriegen das alles hier. Ich will der Allerbeste sein. Keiner vor mir war. Äh, increased her P-Pack. Okay. Das klingt ja gut. Aua. Scheiße. Äh, wo müssen wir noch lang? Ein bisschen weiter nach hier, ne? Ja, so dezent. Oh Gott. Oh Gott, ich hab mein Mikrofon hier rumgeschleudert. So. Hallo? 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 Okay. Hallo? Hi. Pass auf. Wir wollen mal mit dem nötigen Ernst an die Sache reingehen. Okay, hier. Hier noch ein bisschen. Hier geht's aber nicht rein oder so, ne? Okay, wir sind tot. Aber wir haben alles gesammelt hier. An, an... Dingen. Und wir haben eine Spitzsacke. Das heißt... Äh, können wir uns jetzt noch irgendeinen DLC kaufen? Nein, das können wir eigentlich nicht, soweit ich das noch erinnere. Doch, klar. Wir haben ja eben eins gefunden. Ja, klar. Das können wir uns doch kaufen, Alter. Village Zone. Backtracking. Hust, hust. Ja, nehmen wir das Increased-RP-Pack noch mit. Hier, komm. Was kostet die Welt? So. Jetzt gehen wir hier hin. Äh, äh, äh. Hallo? Hören Sie mich bitte nach da oben lassen? Meine... Meine Dame. Outskirts. Zone. 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 So. Hallo, Schafe. Ich mach lieber alles kaputt. Man rechnet immer mit Achievements aber. Man kriegt im Endeffekt doch keine. Weil das Spiel so scheiße zu einem ist. Okay, man kann gar nicht... ...alle kaputt machen, ohne zu sterben. Lol. Hallo, Schafe. Egal. Boi, Soda. Boi, Soda. Soda-Sohn. Boi, Soda. Boi, Soda. Die war aber vorher nicht. Wie kommt die denn hier? Okay. Okay, bevor wir weiter hier hingehen. Gucken wir doch lieber mal hier. Hallo? Hier ist nichts Neues. Boi, Soda. Okay, hier ist nix. Also müssen wir auf die andere Seite. Boi, Soda. Äh, warte mal. Da. Boi, Soda. So. Bei Soda. Ich hätte gerne mal eine Soda gerade. Aber es ist keine da, weißt du? Wo sollen wir denn hier eine kaufen? Bitteschön. Scheiße. Okay. Hier ist noch mehr Geld. Ach der, wie viel Geld? Bitte. Okay, wir sind wieder runtergefallen. Jetzt müssen wir nach oben. Ach ja. Backtracking. Hust, hust. Ich liebe dich. Backtracking. Du musst uns eine große Familie gründen. Du und ich backtracking. Das ist ja so eine verfickte Fickscheiße hier. Ganz ehrlich. Macht doch keinen Spaß mehr. Time to boi, Soda. Geht's hier durch? Nö. Wir müssen hier rüber schon, oder? Oh. Rest assured. This is snow joke. Ach ja. Ach du Scheiße. So eine Scheiße. Brauchen wir auch noch einen Season Pass. Meine Güte. Dö, 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 dö. Ah ja, haben wir einen Season Pass. Ja, nur 46 Münzen. Damit könnten wir noch eventuell etwas anfangen. Eventuell. So, später so. Okay, hier ist die Winter Zone. Hey, gibt's noch mehr Münzen? Also da kommt noch was. So, warte mal. Hier oben ist nix weiter, ne? Ne. Ich kenn ja die Maps so ein... Oh. Die Level so ein bisschen auswendig, wollte ich sagen. Aber ich hab's ja schon einmal durchgespielt, aber... Äh. Ja, das ist auch schon eine ganze Weile her jetzt. Also, auswendig will ich jetzt auch nicht sagen. Ich hab's schon mal gesehen, aber... Sonst... Ach, das hätte so gut funktionieren können. Oder auch nicht. Oh, wow. Ach, Mann. Wie komm ich denn da rüber? Dö, 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 dö. Da könnte man runterfallen, aber ob man das will, ist natürlich eine andere Frage. Ne, warte mal. Hier muss man ja gar nicht hoch, ne? Wir müssen da theoretisch runter, aber das... Ja, ne? Okay. Hier müssen wir hin. Geht's hier noch weiter? Nö. Dann geht's hier weiter. Yay. Yay. Die Frage ist, brauchen wir die da oben unbedingt? Ne, eigentlich nicht, ne? Okay, hier sollen wir nicht entfallen. Gleich mal eine Chiefen mitbekommen. Läuft. So. Ich würde mal sagen, wie ich beende auch hier mal die Aufnahme, weil wir sind schon bei 16 Minuten wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Oh. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut. Auf Wiedersehen und ciao.